Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu den besten Mods aus September 2023 in Project Zambuid. Auch im Monat September haben wir wieder einige Mods für euch rausgesucht. Wie immer haben wir eine Kapitelfunktion auch für euch vorbereitet, damit ihr einfach eure Mods euch auch raussuchen könnt. Und in der Beschreibung stehen natürlich alle Verlinkungen zu den Steam Workshop Seiten. Ansonsten vielen Dank für die vielen neuen Abonnenten. Wir befinden uns auf dem Weg zur 700. Ich hoffe, dass wir das vielleicht in diesem Monat noch erreichen. Und wir legen jetzt mal los. Zuallererst möchte ich einmal auf eine alte Mod hinweisen, die scheinbar immer mal ein wenig buggy war. Also die Sapphire Seaters Mod. Da haben die Heizungen dann irgendwann nicht mehr so ganz funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Hier gibt es jetzt nochmal ebenfalls eine Fixed Version bzw. eine Version von einem anderen Modder, der diese Mod aufgegriffen hat, weil der übliche Modder derzeit scheinbar nicht mehr updatet. Und hier versucht er ein paar Bugs noch zu lösen. Klingt sehr interessant. Sofern ihr auch mit Heizungen arbeiten möchtet, solltet ihr euch das mal anschauen. Schaut aber auch in die Kommentare. Da stehen bestimmt nochmal ein paar Zusatzinformationen. Und in diesem Monat beginnen wir einfach auch mal mit Autos. Und zwar wieder ganz tollen Modellen von KI5. Da haben wir zum einen den 89er Dodge Caravan, der ein sehr, sehr geräumiger Wagen ist. Und auch viel Stauraum nochmal hinten im Kofferraum bietet. Und natürlich auch wieder mit einem wunderschönen Design kommt. Wer dann auch direkt mit diesem Dodge Caravan starten möchte, dem empfehle ich Monkey Start Scenario Dodge Caravan Nomad. Dort benötigt ihr lediglich die Monkey Start Scenario Base Mod und den 89er Dodge Caravan. Und dann könnt ihr in eurem Save Game direkt den Spawnpunkt so euch setzen und euch auch direkt ein Auto dabei in den Eigenschaften rüber ranholen. Ein weiteres cooles Automodell ist der 63er Volkswagen Type 2 Van. Auch dieser ist von KI5 und steht euch nun im Spiel in verschiedensten Versionen zur Verfügung. Ebenfalls sehr interessant für KI5 Autos ist die Only One Category KI5 Mod. Mit dieser Mod habt ihr sozusagen im Crafting Menü dann von KI5 alle Fahrzeuge bzw. alle Fahrzeuge, die bisher in der Mod mit implementiert wurden. Direkt in einem Reiter und nicht in tausenden Reitern von jedem Fahrzeug sozusagen dann. Als nächstes kommen wir mal auf sinnvolle Schilder im Straßenverkehr im Multiplayer von Project Zomboid. Da haben wir zum einen DDL Speed Limit Signs, die wie der Name schon sagt, einfach nur euch Geschwindigkeitsverkehrszeichen nochmals mit ins Spiel bringen. Und zum anderen gibt es dann noch die DDL Road Signs, die normalen, da gibt es dann über 90 Verkehrsschilder nochmal extra mit verschiedensten Zeichen drauf, wie ihr ja hier auch auf den Bildern seht. Und beide Mods können dann von den Admins sozusagen eingefügt werden über das Brush Tool. Der gute Braven war auch in diesem Monat wieder fleißig und hat uns mal Brandmunition mit in das Spiel implementiert. Heißt, ihr könnt jetzt Munition finden, die auch dann Brände auslöst und somit könnte man riesige Zombiegruppen auf jeden Fall einmal ordentlich anheizen. Der Name der nächsten Mod ist auch wieder Programm, Yes, Throwing Knives. Also ihr könnt mit Messern werfen im Spiel, die ihr findet und könnt damit ganz easy im Sneaky Mode quasi dann wie ein Ninja die Zombies umhauen. Eine neue Rüstung gibt es im Monat September vom guten Kairus. Der hat nämlich die ZRE Paladin Armor rausgebracht und dieser Armor sieht echt cool aus und hat auch verschiedenste Variationen und bietet vor allem auch ordentlich Schutz für eure nächsten Runs. Die nächsten Mods, die ich euch vorstelle, haben mehr mit der Umwelt zu tun oder auch mit dem Zombieverhalten. Da haben wir zum einen Doors Have a Chance. Doors Have a Chance sozusagen nicht nur zu brechen, wie es so normalerweise ist, wenn Zombies auf eure Türen einkloppen. Sie haben auch jetzt eine Chance, sich einfach nur zu öffnen, was dann auch nochmal ordentlich Spannung ins Spiel mit reinbringt. Also sie werden nicht direkt zerstört, sondern es besteht auch die Möglichkeit, dass sie einfach aufgehen und die Zombiehorten in eure Zimmer eintreten. Wer vom Vanilla Gameplay zu gelangweilt ist und auch mal ein bisschen Schussabwechslung sucht, dem empfehle ich die You're Being Hunted Mod. Mit dieser Mod habt ihr die ganze Zeit einen Sniper, der euch jagt. Ihr seht ihn zwar nicht, ihr habt aber einen Sound, der dann irgendwann mal kommt und dann wisst ihr, oh, da ziert gerade jemand auf mich. Und dann solltet ihr schnell Schutz suchen, idealerweise in Häusern, damit ihr nicht einfach abgeschossen und dementsprechend verwundet seid. Auch eine sehr witzige und interessante Mod. Das Zombieverhalten verändert sich zumindest vom Sound her mit der Kreischer Mod oder Screechers Zombies Mod von Braven. Da werden dann die Sprinter Zombies mit einem Kreischen auf euch zurennen, was euch dann auch nochmal ein bisschen mehr Horrorfeeling geben soll. Also klingt auch sehr, sehr interessant. Ein komplett neues Zombie Design erhalten eure Zombies im nächsten Run mit den Okkult Zombies. Dort gibt es ganz, ganz viele verschiedene neue Zombie Skins, die dann auf eure Zombies gesetzt werden. Und die Mod ist ebenfalls auch mit vielen verschiedenen anderen Mods kompatibel, wie zum Beispiel die Authentic Z Mod. Da soll es keine Probleme auch geben. Und natürlich ebenfalls im Multiplayer spielbar. Viele neue kleine plüschige Begleiter findet ihr in der Just My Cats Plushies Mod. Da habt ihr dann eine verschiedene Auswahl an Katzen, glaube ich, sind das hier. Und auch ein paar Enten oder sowas in die Richtung. Und die könnt ihr dann einfach an eure Rucksäcke hängen. Wer sich schon immer mal dachte, Mensch, diese Mülltonne, die sieht so aus, als ob ich da heute mal drin übernachten möchte. Dem empfehle ich die Sleepin' Dumpsters Mod. Mit dieser Mod könnt ihr genau das tun. Und habt dann quasi die Möglichkeit mit Rechtsklick, wenn ihr müde seid, in der Nähe einer Mülltonne einfach dort drin zu schlafen. Eine neue Anzeige Mod darf natürlich auch nicht fehlen. Und das ist in diesem Monat die Sleepy Moodle Mod. Mit dieser Mod wird euch ein extra Bedürfnis nochmal oben rechts dann mit angezeigt. Heißt, wenn ihr kurz davor seid müde zu werden, gibt es nochmal so eine Zwischenbedürfnis oder eine Zwischenanzeige, die euch dann zeigt, dass ihr langsam schläfrig werdet. Und das ist vielleicht gar nicht verkehrt für Leute, die so zeitlich sich nicht ganz einordnen können und noch nicht mit dem Schlaf so rechnen. Da habt ihr hier mit dieser Sleepy Moodle Mod nochmal eine extra Anzeige und könnt dementsprechend besser planen. Die nächste Mod, die ich euch vorstelle, ist scheinbar derzeit sehr umstritten. Aufgrund der Bewertung sage ich das jetzt mal so. Aber ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool. Die Mod nennt sich Pregnancy und sie gibt euch einfach die Möglichkeit, dass ihr bei der Charaktererstellung einen schwangeren Charakter erstellen könnt. Mit der Eigenschaft schwanger. Man sieht es dann nicht, also es gibt noch keine Skins dafür, aber es tritt dann Übelkeit ein. Man ist ein bisschen langsamer und das soll sich auch über die Zeit dann noch ein Stück verändern. Wer also da nochmal eine neue Herausforderung sucht, der wird diese hier sehr wahrscheinlich auch am Anfang erstmal noch finden. Aber wie gesagt, die Mod macht noch nicht all das, was sich die Leute wahrscheinlich vorstellen. Schaut da aber gerne einfach mal rein und bildet euch eure Meinung. Mehr Rucksäcke findet ihr in der More Bags Mod. Dort gibt es dann nochmal schöne Rucksäcke wie Slingbags oder auch von verschiedensten Berufen. In die Rucksäcke in der Form, also hier beispielsweise auf dem Bild ein Police Bag oder den Firefighter Bag, die alle dann farblich auch angepasst wurden. Mit dem Greenhouse Building Set habt ihr nun die Möglichkeit, über Rechtsklick auf den Boden zu gehen und dann Greenhouse Bild auszuwählen. Und dann könnt ihr euch ganz tolle Gewächshäuser bauen, ganz von allein. Wir nutzen die jetzt zum Beispiel auch gerade auf unserem Multiplayer Server und das bringt einfach nochmal ein bisschen mehr Optik mit ins Spiel. Mit der Fuel Craft Mod besteht nun die Möglichkeit, dass ihr euch selbst Benzin craften könnt. Da gibt es ja auch schon viele andere Mods, die ähnliches machen. Diese Mod setzt halt einfach ein paar Rezepte und ein bisschen Fähigkeiten voraus, damit ihr dann zum Schluss das Produkt Benzin erhaltet. Und da habt ihr dann auch verschiedenste Workbenches, die ihr vorher dann aufbauen müsst. Auch die nächste Mod gibt es schon zuhauf und in verschiedensten Möglichkeiten. Mit der Refill Lighters Mod könnt ihr einfach eure Feuerzeuge nochmals benutzen bzw. nochmals neu mit Benzin auffüllen, damit diese auch in Zukunft wieder von euch benutzt werden können. Und wer das Gefühl hat, dass er zu wenig Süßigkeiten und Chips in dem Vanilla Gameplay hat, dem empfehle ich Hanabis Food. Dort erhaltet ihr eine schier endlose Auswahl an verschiedensten leckeren Sachen, wie beispielsweise Doritos, Pringles, riesige Cheeseball, Becher, neue Cornflakes, verschiedenste Süßigkeiten nochmal. Und da werden auf jeden Fall alle Mäuler satt. Und zu guter Letzt haben wir nochmal was Interessantes für den Multiplayer an sich gefunden. Das sind die Immersive Shops, Bild 41 derzeit, auch im Multiplayer natürlich verfügbar. Und gerade glaube ich auch im Multiplayer sehr interessant. Also da habt ihr dann einfach verschiedenste Shops, die ihr anwählen könnt. Und dann könnt ihr euch damit Sachen kaufen oder ihr verkauft Sachen gegen bestimmte Währungen, wie Schmuck oder Geld oder was man auch immer dort einstellen kann. Und dann kann man ganz einfach ein bisschen traden. Und das war es auch schon wieder mit den besten Mods aus September 2023 im Project Zomboid. Ich hoffe ihr konntet irgendwas cooles finden. Wenn ihr aber auch noch was tolles entdeckt habt, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert natürlich den Kanal, wenn ihr keine weiteren Project Zomboid Videos verpassen wollt. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag und ich hab euch lieb. Ich hoop euch mal was. Das war es muito fe命.